Peace, Leute, was glaub ich, ich ist Leo. Ich bin Sven. Und Leute, wir haben heute ein Video von Grimace Shake, so ein Horror-Codefilm gesehen. Und da haben wir uns überlegt gehabt, komm, wir reagieren jetzt mal drauf. Wir haben mehr Reaction-Videos gibt einen fetten Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Vlog, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, let's go! Okay? Oh, Grimace Shake. Oh, Grimace Shake. Ach, so ein alter Gemüse. High Gold. Time to find out what all the hype is about. Leute, sollen wir den Grimace Shake auch trinken? Dann gibt einen fetten Daumen da oben, schreibt es mir in die Kommentare. Ist das so ein Such? So ein Getränk? Keine Ahnung, das sehe ich über auf YouTube und auf TikTok. Das hat auch eine große Frage. Oh, Blut. Oh, ich habe Hunger und jetzt hat es nicht mehr zu verhalten. Isst du? Hey, babe. Snacks in the gym. Oh. Oh, nee, der trinkt jetzt. Wie? Hast du auch seine Freunde gerade gesehen, oder nicht? Keine Ahnung. Ist das so um Sahne? Ja. Oh, nein. Kennst du das? Willst du was essen oder so trinken, dann schreibt dir jemand. Der wird doch safe wieder unterbrochen. Oh, mein Gott. Hallo? Oh nein, ein Koppel ist ausgeführt. You literally just texted me. Well, can you go see? I'm at the store now. I need to know if I need to buy a new one. Ich se... Der Faschen ist auch der Safe, der Shake, oder? Oder der Tube? Nah, I don't see it. Dang, okay. Well, thanks for checking. Oh, nee. Das ist aber der Chaos, oder? Nein! Ich dachte, der wird jetzt wieder unterbrochen. Bei dem passiert nichts. Oh. Doch. Ich hab irgendwie Angst, dass der jetzt nicht zu probieren. Ich hoffe jetzt gerade. Leute, gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir jetzt in die Kommentare. Oh, der dringt auch weiter. Hast du das gerade gesehen? Nein. Ich hab dich auch gerade. Oh, zurück. Warte. Ja, genau. Das ist voll überprüfen. Ja, normal so fett wie der ist. Mhm. Helpcare Specialist. I warn you everyone. Do not drape the shit. Guck mal, bisschen zurück. Guck mal, was hat der gemacht? Guck mal. Guck mal, was hat der gemacht? Guck mal, was hat der gemacht? Guck mal, was hat der gemacht? aktiver wir waren davor inaktiv weil ja es mir nicht so gut ging aber jetzt sind wir wieder aktiver und wir werden jetzt mal vor produzieren für euch für die sommerferien weil es ist ja schon in nächste woche heute in einer woche heute in einer woche leute habt ihr sommerferien und dann würde ich sagen ja wir überlegen uns jetzt noch weitere ideen und dann werden die ersten wieder schon mal vor produziert und dann würde ich sagen sehen wir uns bei der nächsten folge bis im nächsten video und schreibt noch mal gerne reaktion videos in die kommentare oder auch gerne auf instagram